Dann also, hey Leute und zurück zu neuen Folgen 21. Ich weiß schon wieder nicht, wo meine Maus ist. Ach da. So, wir mussten jetzt eine neue Runde starten, weil Arjen hier rausgeflogen ist. Geld-Level haben wir alles da und jetzt müssen wir den selben Boss noch mal kehren. Ich warte hier und du bist da in der Runde. Was? Nein, Spaß. Na los, ihr habt ihn doch gleich. Könnte ich mal jetzt hier mal so gucken. Warum kriege ich das? Ach so, das, ah okay, ich hab noch, ja okay, ich hab noch kein Pad. Ich hab jetzt erst verstanden, was das ist. Das ist kein Pad, das ist einfach, dass ich mich in ein Zombie verwandeln kann. Okay, nein, was hab ich gemacht? Ich weiß noch mal, wo du bist. Ich auch nicht. Ich bin auf dem Fußball-Fuß. Zombies, ba! Fußball-Fußball! Fußball-Fußball! Mit Zombie-Köpfen! Oh, voll. Welche Besorgen? Ja, bitte. Das wäre so ganz lieb von dir. Der eine hier hat voll die Engelsflügel. Digga, wie schnell. Ja, Mann! Fußball-Fußball-Fußball? Ja, das kann ja nur draußen sein. Nee, es gibt auch Hallenfelder. Stirb! Ich hasse diese Waffe irgendwie. Stirb, Kartoffel! Ich kann auch das hier nehmen. Haia! Kann ich das werfen? Ich hab ne neue Waffe, Digga. Ich hab ein Katana. Gut, schau mal! Neu Katana, Katana! Aber das Ding ist wirklich schwer. Ich weiß. Aber überleg mal, du kannst das Ding werfen. Naja, ich bleib lieber bei Knarren, weißt du. Ist mir doch dann lieber. Nee, später, wenn ich ne Sense bekomme, ich spiele nur mit Sense. Ja, dann ist das was anderes. Wo bist du jetzt eigentlich? Ich kenn diese Karte nicht. Ich auch nicht. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich laufe hier einfach lang. Ich bin die ganze Zeit noch im Fußballfeld, weil irgendwie sind hier schon ganz schön viele Zombies. Gut, jetzt nicht so viele, aber es reicht, um zu überleben. Wir sind erst 122. Ja, Digga. Guck dir mal meine Knarren, Alter, das ist doch mal ein Viech. Digga. Wo bist du denn? Ich bin jetzt irgendwie in der Cafeteria. Ich bin draußen. Lass uns mal draußen sprechen. Ja, jetzt muss ich erst mal den Weg hier raus wieder finden. Oh Gott. Ein einzelner Zombie. Mein Leben ist vorbei. Mann, schnell den doch ab, du. Hör mal. Ich hab eine sehr gesunde Hautfarbe in diesem Spiel. ja wir sind grau oh ein biest ich seh dich ja rompiere wieso benutzt du wieder die Pistole ich benutze keine Pistole hä du bist doch Yurisha ja guck mal was das so ein Ding ist achso jetzt seh ich das erst hinter dir ne ein Tankbeast die macht aber nicht so viel Schaden ich bin lieber doch dieses Sniper die macht überhaupt gar kein Schaden Digger die macht rückwärts die Schäuze Schau mal ich sprenne direkt in genau so viel Leben wie so ein Boss was ist los bei dem? oh alter Digger, ich hab' genommen 99% ok ich hab' neues ich hab' ne neue Messer und das ist mein Messerbooter yeah level 10 wieso verfuckt er mich? ich helfe dir lass mich in Ruhe genau pass mal auf bitte ich hab dir was freigeschneiden warte 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 erstmal in die Ecke ich komm' erstmal zu dir so Digger was ist das denn für ein Feet hier kommt keiner vorbei hier kommt keiner vorbei nein hier kommt keiner vorbei oh da ist einer vorbei gekommen Digger ich kann einfach wie da steht auch wenn du ne Waffe findest oder so da steht da wie viel Damage die macht wollte ich dir nochmal sagen hinter dir nein alter wie das ruckelt wie das ruckelt wenn die explodieren ey ja normal das soll ja so ne Art Explosion geben deswegen ruckelt das auch äh genau deswegen ruckelt das ja das ist das fußhaft das oh der tiert davon alleine er hat mir wirklich leid ich komm' ja nicht aufs Fußballfeld von hier aus ich komm' ja nicht aufs Fußballfeld von hier aus wir kommen wir wir gehen aufs Fußballfeld alles gut alles gut alles gut ich lebe ich lebe ich will auch die Spiegel gib mir die oah es ist nur ein Lava es ist nur ein Lava was war denn nun hä warum hat der die Waffe grad weggesteckt ey bei dir auch ja weil die Welle glaube ich vorbei war oh mein neues Schwert Welle 5 wow Digga du kaufst dir nur Schwerter kann das sein ja die Schwerter kriegst du irgendwie kostenlos hä ich hab ich hab achso ja gut ein paar hab ich auch kostenlos bekommen Digga die das Schwert macht dir ultra viel Damage Achtung da kommen welche komm her Eis ich hole meine Schwert feste ja moin oh Gott oh nein alter das ist ein Tank ja nee ich kann dir nicht helfen nee ich kann dir nicht helfen oh also Frust hier ich kann nicht die Ausgänge sind blockiert die Ausgänge sind blockiert ja jetzt laufen wir an hinter mir her an auf TikTok nein der Geist ist hinter mir her der Tankgeist und der Sandmann und die 43 Zombies und die 43 Zombies Wies Tank Digga ein Tank Ghoul und ein Tank Geist alter ey was soll das lauf raus komm zu mir ich bin auf dem Fußballfeld ja wie kommen wir da hin da wo die Tanks gespawnt sind ja elf alter ich hab den Geist gekillt elf alter ich hab den Geist gekillt ach da ja jetzt haben wir ich helfe dir Kumpel Kumpeline Kumpelblase hä oh was ist das denn der Kolizatoi das ist ein Tankkristall Tankkristall ja ich hoffe da gibt es gut XP boah alter Digga der hat aber wenig viel Leben ey alle schießt nach mir drauf shit genau Tank Kristall funktioniert ja Level 12 egal was du gelockt ist ich hab ja nichts geplant genau ich versuch dir hier Rückendeckung zu geben ne auf dem Fußballfeld gehts ja richtig ab ey ach erstmal erstmal alter ich dachte wir haben jetzt mal kurz Ruhe aber nein einer ist tot egal wer wird jetzt Zombie oder er guckt zu du kannst dir ja Zombie kaufen du kannst dir Geist und so selber werden ja ja Zombie kann hab ich ja äh schon so frei Digga ich will mir was kaufen aber dann kann man es nicht leveln ja geh hier in die Ecke und da hinten irgendwann die Warte ich beschütze dich warte ich brauch mir auch gleich ne neue Warte ich hab schon wieder 2000 ich hab 1500 Tausende Angle das jungen não ja moin noch ein Engel Digga ja moin alter alter wie viel hält der aus ey Engel lass mich mal holen einer ist bei mir der Tank nein 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 oh guck mal was viele Engel hinter dir sind hier zwei aber einer davon ist dieser behinderte Tank dabei wollte ich mir grad ne neue Waffe kaufen ey du kannst jetzt keine Pause machen hier sind überall Tanks ich hab kurz Waffe gewichtet Digga was ist mit dem Fußballfeld hier los ey man hat ja nicht einen Moment Ruhe hier ist doch gut wenn wir brottern ja aber ich will auch mal ne neue Waffe kaufen langsam ihr macht das, ich hab doch gesagt hier irgendwo ne Ecke ich beschützt dich nein nicht so viele, solange so viele Zombies hier sind ich will ja auch die ganze Erfahrung und das Geld haben ja aber so kommst du ja nie an deine neue Waffe ja ok ich bleib jetzt hier ne Ecke ja moin ich hab ihn getroffen Digga wie teuer diese Pads sind alter ich dreh durch wow Digga das Feuerschwert geht ja richtig komplett ab Digga sag 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 ok ich bin fertig guck mal mein neues Feuerschwert an ja moin welches Leben bist du eigentlich schon? 26 Digga ich bin grad mal 14 ja aber ich hab auch richtig viele Engel getötet wenn ich ein Engel finde ich bin direkt auf den Engel aufgegangen du bist doch fast tot ne? hä wo ist ich mein Leben leer? oben oben rechts ach so da hier war ich die ganze Zeit mit Messer gecamt ja ich sehe mein Leben gar nicht hä warum? Lava-Gans-Volem Explosions-Volem ey ich muss eine Runde noch überleben ich hab wieder volles Leben jetzt ja jetzt hab ich auch wieder volles Leben ich glaub ich war auch fast tot hä hä nein er steckt da noch die Waffe weg Digga ist einfach ich glaub wie nice der aussieht ja ich hab ne neue Waffe ey stimmt ne neue Waffe ist ja auch mal nicht schlimm yeah alter jetzt mach ich alle platt Digga die kostet 3000 schau was ist hier los? wir sind auf dem Fußballfeld wo bleiben die ganzen Zombies? alter ein Dämon hinter dir ein Dämon ich kenn dir ja Atlas was Flügel hat direkt weggeiern Digga die geben richtig viel EP ich weiß eieieieiei übrigens für die Zuschauer das Spiel macht übertrieben Spaß und richtig Dämon und alles kostenlos Leute wo? da hinter dir er mich so verpackt ich kann nicht ich kann meine Sicht nicht ändern ok ja ja wie gesagt da hat er gerade gesagt es ist kostenlos alles ne ja Level 15 ich hab irgendwas freigeschaltet aber ich kann grad nicht nachgucken wie gesagt ich will grad nicht nachgucken ok Vampir ey Vampire geben auch nicht so viel oh guck mal die da hinten siehst du die? er tut mir nichts leid er war alleine hä? wo? ach da oha warum gibt's hier auch keinen Durchgang? ja ich kann ihm nichts helfen ich geh zu ihm hin ja weil irgendwie hier auf Fußballfeld das sind gar nichts mehr los alles braucht abgibt warte ich bin auch auf dem Weg dauert nur nur weil sie sich da bin wegen mein Internet leckt läuft gut läuft gut heute läuft gut ich hab aber volles Leben nice ich weiß es gar nicht was bei mir los ist ey du müsstest doch jetzt schon du müsstest schon lange das neu haben ich bin Level 15 ich hab gar nichts damage ich hab ein neues Schwert ja aber das war es auch schon ja ja wie alle auf ein Zombie raubschießen ey voll die Zombie Diskriminierung ja jetzt gehen die wieder zum Fail oh Dämonen lauf ich kann nicht sprinten das ist ok thanks ja die Tanks halten uns auf die wollen nicht dass wir da hingehen scheiß auf die kleine genau den Engel äh den Dämon ok erst bei uns wau 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 dachte ich mir auch doch alles ich sehe nur die ganzen Kugeln fliegen ja und ich erst Digga jetzt ist wieder nichts auf Fußballfeld los ne kaum sind wir hier ist voll tote Hose das Ding ist wir müssen alle hier bleiben damit kommen die ganzen Zombies zu uns ja ich hab ne neue Waffe ich hab ne neue Schwert ich hab jetzt dieses Dämon Boss Boss ja man auf geht's Leute ziehen wir die Schlacht oh 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 voll von der anderen Seite diesmal das kommt das kommt auch mal spät an das kommt auch mal spät an warum was hab ich dir getan lass mich in Ruhe lass uns in Ruhe Digga seine Kugeln machen voll viel damage tschau hä wo ist er hin hä Digga gleich macht er erstmal einen Finisher er ist ein Geist Digga Digga man sieht überhaupt nicht wenn diese scheiß Attacke kommt ich hab dir nichts getan ich bin du schießt ja nur auf ihn du hast dir nichts getan ne hä hä er will hier nur friedlich Fußball spielen ne und wir halten ihn auf eigentlich ist er im Recht oh nein spring rum die ganze Zeit er ist hinterm Baum er ist gleich tot man ja ich hab's endlich mal geschafft darüber zu springen er ist tot alter ja man boah der tausende HP äh ja da hab ich eine Mission abgeschlossen wo sieht man nochmal die Mission auf das ähm orangen ne und da steht da Mission äh und wie hab ich die abgeschlossen ach so äh ja da steht da steht Finish dann zum Abschließen mhm ich hab grad ein paar Missionen gelöscht weil ich dachte das die wären fertig Aua wie viel Geld hast du? ich hab 1300 ich hab 1800 ich hab 1800 für meine neue Wache woher ich dachte ich weiß das gar nicht mindestens 2000 aber 4.000 wieder 4.000 wieder man wie sind es mindestens 2.000 das weiß ich noch Mann wo sind die ganzen engen 3.000 das ist vielleicht Level ab werden das ist ja nicht schon so dass ich voll Level 30 bin ja und ich grad mal Level 17 irgendwie ist jetzt wieder voll ach so ok so die laufen nur diesem einen hinterher der arme Typ hab keinen Moment Ruhe hallo ich bin eingefroren ich hasse das wenn die so einfach so machen Digga ich kann manchmal nicht zählen und schießen Lass uns mal zeigen dass wieder Engel kommen ja wär schön ne Engel und Dämonen bitte nur noch Engel und Dämonen Vampire geben auf die ok nur noch Engel Dämonen und Vampire und alles Tanks oder nur Bosse ja gut aber die dauern zu lange auch Nein Lava schade ich dachte und Dämon ich war hier von mir Lava zum wie das will ich mir Lava zum Lava zum ist geben auf gut gehen ja aber nicht so viel wie jetzt Engel Dämonen und Vampire doch Niemals Level ab Digga entweder mein Internet leckt oder ich hab keine Ahnung wieso ich kann manchmal nicht schießen ich kann nur rumlaufen also bei mir habe ich dieses Problem ja alles klar scheiß Lava-Zombie ey bin da bin da alles gut alles gut guck mal hinter dir lieber ja ich hab kein Problem damit ich hab volles Leben du ne ja ne ja ich hab über die Hälfte noch also alles kein Problem Feuerschwärts. Lass ihn los. Nicht hin. Hey, Feuer gegen Eis. Müsste eigentlich voll massiv Schaden machen, aber... Hey, das Vampir. Vampir. Waffe direkt mit Sinn. Ja, diese Kack-Tanks versperren mir die Sicht auf den Vampir. Ja, Mann. Hinter mir. Dämon! Wo? Da drin im Haus. Da, ja komm. Komm zu Onkel. Komm zu Papa. Ja, komm zu Papa. Bisschen viel, die wir sind. Ja. Absolute Massenstrahl. Ja, stell mal vor, wenn wir Level 100 sind, Digga, dann wird das richtig schwer. Locker, richtig vielige Engel. Oh. Scheiße, ich brenne. Kack, ich hab den Engel nicht bekommen. Geist ist bei mir. Ja, ich sehe den Geist. Ich weiß nicht, wie viel den Geist bringt. Ja. Digga. 85. Also bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das unterschiedlich. Kommt drauf, vielleicht drauf an, wer den meisten Schaden und den letzten Schuss macht. Ja, das kann auch sein. Wenn du vorbei? Alle sind auf dem Platz. Ja, so muss das hier, ne? Digga, alle auf ein Zombie, ey. Engel. Dämon, 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 dämon. Ja, Mann. Yes. Jetzt kommt der Böse. Jetzt kommt der Boss. Und, kommt jetzt der Boss? Noch sechs Stück und... Ne, noch vier oder fünf. Äh, vier oder sechs. Vier, vier. Vier. Hä? Wo gehen die alle hin? Die suchen die vier, die noch hier irgendwo auf der Karte sind. Es sind noch irgendwo vier Zombies auf der Karte. Noch zwei. Ja, Leute. Die sind da drüben, übrigens. Äh, bevor wir den Boss jetzt killen, würde ich sagen, Folgenende, ne? Yeah. Gut, den Boss killen wir dann also in der nächsten Folge, Leute. Äh, bis dann. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.